Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, dieses Video ist etwas anders, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, denn es ist ein 360 Grad Video. Das heißt, ihr könnt euch selbst umschauen. In diesem Video möchte ich euch mal eine Map vorstellen, die ich gerade baue bzw. schon einiges fertiggestellt habe. Und ich dachte mir, da ist es mal eine gute Idee, wenn ich mit euch so ein bisschen durchmarschiere und ihr euch selbst einfach mal umschauen könnt. Ein kleiner Hinweis voran, falls euch irgendetwas zu schnell geht oder euch etwas besonders interessiert, dass ihr euch genauer anschauen wollt, drückt einfach auf Stop im Video und ihr könnt euch in Ruhe umschauen. Und ich würde sagen, dann geht es auch schon los. Wenn ihr jetzt mal hinter euch schaut, dann seht ihr ein Gebilde, das man vielleicht als Luftschiff erkennen kann. Die Gäste werden in den Park, den ich hier baue, mit diesen Luftschiffen gebracht. Wenn ihr euch jetzt wieder nach vorne dreht, dann könnt ihr ein großes Gebäude sehen. Das ist das Empfangsgebäude von unserem Park. Der Park ist ein Dinosaurierpark, also so wie Jurassic Park, nur ein bisschen anders. Meine Version halt davon. Von nun an teilt sich der Weg. Wir haben drei Möglichkeiten, wo wir weitergehen können. Du darfst entscheiden, wo es hingeht. Kriege dazu einfach oben rechts auf die Infokarte und wähle den Weg aus, der dich interessiert.